heute vor mir jetzt mal hier 2.1 ich glaube das bürger wohnen mal gucken ja oh wei hoch ja das ist ungünstig kann der so ruhig auch schneiden werfe ich denn noch mal ach so der ist fertig ja 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 zack erstmal fleisch ist das wichtig macht firma kopf schnell 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 Nimm das auf! Und zack, sehr ab. Noch eine mit irgendwie nur Tomate? Nee. Komm, ich schaff hier nur noch den einen. Komm schon! Fuck! Ah, hab ich schon zu früh runtergenommen. Drei Viertel halbes... Ah, Mann, ey. Das ist doch scheiße.